Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu meinem zweiten Video für heute und ich habe mich entschieden, dieses Video jetzt separat zu machen. Das heißt, ich verlinke das unter dem anderen Video und ich möchte euch jetzt nur in diesem Video erklären, mehr über diesen kostenpflichtigen Kurs von LebeLaut erklären. Genau, dazu bin ich jetzt mal auf der Webseite von mir, wie du Lebensfreude zu deiner zweiten Haut machst, für hochsensible Kinder und Erwachsene, wobei dieser Kurs auch für andere Menschen geht, nicht nur für hochsensible. Ich gehe jetzt mal als erstes hier auf diesen Link, LebeLaut, klick da mal drauf. So, und hier habt ihr als erstes den Kurs komplett beschrieben, LebeLaut, führe auch du ein freies, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und wenn du runterscrollst, kommst du als erstes hier so zu dem kostenfreien Kurs. Das ist ein kurzer Videokurs mit hier sechs E-Mails, da kannst du dich über diesen blauen Link hier eintragen. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht mal so erklären. Und hier kommt ihr jetzt zu dem kostenpflichtigen Kurs, der aus acht Phasen besteht. Und ja, genau, die erste Phase ist deine derzeitige Welt bewusst verstehen. Da geht es darum, dass du erst einmal guckst, wie du unbewusst geprägt bist und wie deine äußere Welt dir spiegelt, deiner inneren Muster ist und wie du so die Themen Angst, Eigenverantwortung und der Umgang mit dir selbst, da wirst du erst mal so ein Stückchen weit rangeführt, sag ich mal. Das sind so sieben Audios, die du da bekommst. In Phase 2 dein Leben, was es nachhaltig glücklich macht, hast du fünf Audios. Da geht es darum, dass du lernst, Herzentscheidungen zu fällen und im Hier und Jetzt zu leben und dass du den Weg wieder zurück aus deinem Schlamassel wieder rein ins Leben zum Ziel machst. Genau, in Phase 3 liest du das alles mal wirklich in aller Ruhe durch. Schaffe Lösungen und werde freier. Das sind neun Audios. Und da gehen wir wirklich richtig ans Eingemachte. Da geht es darum, dass du anfängst, deine Ängste aufzulösen, dass du lernst, Probleme intuitiv zu lösen und nicht mit deinem Verstand und nicht in deine Ängste hinein zu gehen. Das machst du in Phase 3. In Phase 4 sei für immer gut zu dir. Hast du sechs Audios, da lernst du annehmen durch loslassen. Lernst wieder auch, dir deine eigene Energie zurückzuholen und auf deinen Körper zu hören. Und wenn du jetzt so ein Mensch bist, der sich oft überfordert hat, dass du rauskommst aus diesen Überforderungen. Genau, so reine mehr Gelassenheit. Genau, Phase 5. Mach Liebe zum Inhalt deines Lebens. Da geht es wirklich einzig und allein um Liebe und da bekommst du, um die eigene Kraft und dein Leben auf die Säulen der Liebe aufzustellen. Und da bekommst du vier kraftvolle und erfolgversprechende Meditationen von mir an die Hand. Eine extra nur für Männer und eine extra nur für Frauen. Freu dich drauf, die sind wirklich total schön. Phase 6. Meistere deine Herausforderungen und lebe selbstbestimmt. Das sind drei Audios. Was mache ich denn da mit dir? Ach ja, da wirst du lernen, was passiert, wenn du andere Entscheidungen fällst, als die, die du bis hier gefällt hast. Das wird auch nochmal ein sehr spannendes Modul, weil da wirst du auch nochmal viel loslassen und wirst erstmal merken, wie dein Körper so reagiert hat in alten Situationen. Genau, wird auch sehr spannend werden. Phase 7 ist extra ein Bonusmodul für hochsensible Menschen. Da geht es darum, dass du sei, wer du bist und wer du sein möchtest. Und da geht es darum, dass du dir dein eigenes Leben kreierst, so wie du das möchtest, so wie du das vorstellst. Und dass du einfach mal auf deine Wahrnehmungen vertraust und die Welt einfach mal ganz anders wahrnimmst. Genau, gerade hochsensible Menschen ist es wichtig, dass die wirklich lernen, ihr Leben auf eigene Säulen zu stellen und sich ihr Leben auch zu kreieren, so wie sie sich das wünschen. Genau, da haben hochsensible Menschen wirklich auch ein Problem mit, aus meiner Sicht zumindest. Phase 8 ist das super Power-Modul. Das ist die innere Familie. Ach, hier sind drei Videos. Hatte ich das gesagt? Weiß ich nicht in Phase 7. Phase 8 hat 14 Videos. Da lernst du deine innere Familie kennen, bestehend aus dem inneren Mann, der inneren Frau und dem inneren Kind. Und da lernst du wirklich Veränderungen in deinem inneren Mann, in deinem inneren Kind und in deiner inneren Frau vorzunehmen. Stück für Stück führe ich dich da durch. Da wäre es wirklich gut, wenn du dazu so ein paar Coaching-Einheiten mit mir buchst, dass wir da wirklich zusammenarbeiten können und dass ich dich da durchführen kann und dass ich dich da ranführen kann. Dass du das erstmal lernst, so in dir diese Veränderungen vorzunehmen. Dann nimmst du in dir Veränderungen vor. Die sind wirklich super, die sind kraftvoll und die gehen auch wahnsinnig schnell. So, dann kriegst du als Boni zwei Kraftspende, als Audios und als Video und hast die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn dir der Kurs überhaupt nicht zusagt, hast du 30 Tage Zeit und bekommst dein Geld zurück. Genau, der Kurs dauert 16 Wochen, steht da. Der läuft über einen separaten Mitgliederbereich, wo du dich einloggen kannst. Und genau, wenn du dich in meine Liste einträgst und in diesen kostenfreien Kurs, den ich dir vorhin schon gezeigt habe, dann bekommst du 20% Rabatt. Bezahlung ist natürlich vor Kursbeginn und du kannst auch in Raten zahlen. Das erkläre ich dir aber hier im Nachgang. Genau, technisch gesehen kannst du immer so ein Modul durcharbeiten. Allerdings habe ich diesen 14-Tage-Rhythmus nicht mehr drin. Du kriegst insgesamt 55 Audios, auch PDF-Dateien, Audios als MP3, klar. Kannst du downloaden und im Mitgliederbereich, den kannst du mobil nutzen. Also egal, ob du nur mit dem Tablet reingehst, mit dem Handy oder über dem PC, das bleibt dir überlassen. Genau, den Kurs kannst du hier rüber buchen. Da gehe ich jetzt auch mal gleich drauf auf den Link und mache mal ein neues Fenster auf. Und da kommst du nämlich gleich zu dem kostenpflichtigen Kurs. Hier ist nochmal einiges zum kostenpflichtigen Kurs erklärt. Das, finde ich, kannst du dir alleine durchlesen. Und hier geht es zu den Bezahlmöglichkeiten. Wie gesagt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie hast du. Du kannst über PayPal bezahlen. Du kannst den Kurs selbst über PayPal buchen, hier unten. Jetzt lasse ich mal die Seite offen. Genau, hier siehst du nochmal 51 Audios Christe, ein Video, vier Meditationen, eine PDF-Datei. Darin ist diese innere Familie erklärt in dieser PDF-Datei. Kannst du alle downloaden, hast diesen Zugang, wie gesagt, in den Mitgliederbereich. Genau, kriegst ein Video und ein Audio als Kraftspender. Kriegst du geschenkt für mehr Klarheit und Kraft im Wert von 97,50. Genau, dann hast du drei Möglichkeiten, wie du hier siehst, den Kurs zu buchen. Einmal halt nur den Kurs ohne Coaching. Der geht vier Monate für dich. Der kostet dann einmalig 1.500 Euro mit diesem 20% Rabatt. Dann kannst du ein Coaching dazu buchen. Das ist ein wöchentliches Coaching, derzeitig als Gruppencoaching angeboten. Man kann es aber auch als Einzelcoaching machen. Muss man immer ein bisschen individuell gucken, bin ich auch für offen. Wie man das organisiert. Der kostet dann 4.000 Euro. Da begleite ich dich jede Woche mit anderthalb Stunden Coaching. Und hier hast du einen Jahreskurs allerdings. Da begleite ich dich wirklich über ein Jahr. Weil gerade, wenn du wirklich richtig im Schlamassel sitzt und du möchtest richtig viel verändern, dann, ich klinge so verschnupft, bin ich gar nicht. Dann brauchst du locker ein Jahr, vielleicht auch sogar noch länger. Und das werden dann allerdings durch das Coaching natürlich, durch dieses Wochencoaching, ist natürlich hier eine enorme Summe, die zustande kommt, sind es 9.000 Euro. Genau. So, dann habe ich dir noch eine zweite Bezahlmöglichkeit gegeben in Ratenzahlung. Da kannst du den einfachen Kurs, wie gesagt, ohne Coaching kannst du für 415 Euro im Monat buchen. Wenn du das mit Coaching willst, dann hast du über die 4 Monate jeden Monat 1.100 Euro. Und wenn du über die 12 Monate gehst, dann hast du 850 Euro im Monat. Ich weiß, das ist eine ganz schöne Summe, aber irgendwie muss man die splitten. Wenn du damit nicht klarkommst und du möchtest aber ein Jahrescoaching oder auch hier, dann sprich mich an, dann gucken wir, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Weil die beiden Lösungen, die du hier unten findest, die biete ich derzeit nicht an. So, genau. Dann hast du aber, wenn du jetzt wirklich ein Mensch bist, der wirklich im Schlamassel drin sitzt und der aus seiner Soße raus will und wieder rein ins Leben will. Jetzt muss ich eine Pause machen. Warte mal kurz. Ich hoffe jetzt, dass das jetzt funktioniert, dass ich jetzt die Aufnahme hinzufügen kann, so wie ich mir das vorstelle. Sorry für die kurze Pause. Genau, wenn du wirklich raus willst aus deinem Schlamassel und rein wieder ins eigene Leben, wenn du wieder freier, selbstbestimmter, glücklicher, zufriedener leben möchtest und du hast aber einfach kein Geld oder nicht viel Geld zur Verfügung, dann biete ich dir hier diese Möglichkeit an für 69,20 im Monat. Aber dann geht das Abo halt über 24 Monate. Aber wenn du so richtig in der Misere steckst, dann brauchst du die 24 Monate auch und arbeitest auch 24 Monate wirklich ganz effektiv mit dem Kurs und greifst immer wieder drauf zurück. So, das wäre jetzt einfach mal so dieses Angebot dazu. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mich hier über lebensfreude.heike-reuschner.de kontaktieren. Was wollte ich noch? Genau, du kannst auch ein erstes Gratisgespräch mit mir buchen. Das kannst du auch über meine E-Mail machen, lebensfreude.heike-reuschner.de Du kannst auch mich anrufen. Genau, wo du meine Kontaktdaten findest, ist da. Warte, ich gehe mal rüber. Achso, da kannst du das Kontakt... Ah, nee, Quatsch. Da kannst du das Kontakt... Das ist auch eine coole Idee. Kannst du auch machen. Da kommst du über das Kontaktformular zu mir. Das kannst du natürlich auch machen. Und hier natürlich deinen Namen, deine E-Mail-Adresse, den Betreff reinschreiben und dann deine Nachricht dazu, dass du ein Gratisgespräch haben willst. Meine Telefonnummer findest du auch im Impressum, so wie das ja Pflicht ist in Deutschland. Du kannst aber auch gucken unter Beratungen. Da gibt es mehrere Beratungsmöglichkeiten, die ich dir anbiete. Einmal sag ich mal zum Thema Kindererziehung heute. Mehr dazu findest du hier unter dem Link. Einmal unter Liebe heute. Gerade so das Thema Liebe, Herzmann, Herzfrau. Da gehe ich ganz intensiv auf der Website drauf ein. Da kannst du auch hier drüber, sag ich mal, dich mehr informieren und dann über Leben heute. Da gehe ich jetzt mal drauf. Genau, hier unten hast du noch als vierter Punkt so eine individuelle Lebensberatung. Das kannst du dir mal in Ruhe durchlesen, wenn du Bock hast. Ich gehe mal jetzt auf Leben heute auf die Webseite. Da beschreibe ich viel, welche Herausforderungen wir heute in der heutigen Zeit haben im Leben. Hier an der Seite findest du wahnsinnig viele Beiträge, die ich kostenfrei rausgebe, meine Güte. Genau, nicht nur, wenn du hochsensibel bist. Und du hast hier unten, lass mich gucken, hast du die Möglichkeit, wie gesagt, eine Zusammenarbeit mit mir zu buchen. Da gibt es hier das erste gratis Kennenlern-Gespräch. Und dann kannst du hier einen Zeitfaktor buchen. 10 Minuten, 20 Minuten, 30, 45, 60 Minuten. Und hier unten hast du auch meine Kontaktdaten nochmal. Und wie das alles so mit einem Gespräch vonstatten geht, das kannst du dir wirklich hier in aller Ruhe auf dieser Seite durchlesen. Genau, dies jetzt einfach mal dazu. Schnöker dich mal durch, wenn du Lust und Laune hast. Und ja, wenn du Fragen hast, wenn du mich kennenlernen willst, dann buche ein Gratisgespräch. Dann ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, dass wir uns kennenlernen können. Und dann gucken wir mal weiter. Genau, die Links packe ich dir jetzt alle nochmal unten drunter unter das Video. Und jetzt grüße ich dich ganz, ganz lieb und sage auf bald.